ich habe gerade das gefühl die spielaufnahme wäre furchtbar leise aber ich gehe mal hier in die nähe von so lauteren ok da ist wieder ton ah shit jetzt habe ich schon 201 ja gut ok so und die werde ich jetzt nochmal kurz eine runde verarbeiten und dann noch ein paar platten mitnehmen ich surfe hup klöder knarzt was haben wir hier da haben wir draht ok hier haben wir stangen ok was haben wir hier hier haben wir platz gieß nimm die platz gieß baby schmeißt den weg und nimm noch mehr platz gieß platz gieß kunde ich muss noch eben den ein barren wiederholen wenn er da liegen bleibt geht mir das auf den sack deswegen nehme ich ihn mit und baue was schönes draus ja so also jetzt letztes mal dahin dann habe ich strom bessere ich muss mir gleich überlegen wie ich die kohle in das kraftwerk transportiere ob ich da ob ich da ja ich weiß noch nicht so genau aber ich komme ja jetzt mit mehr mit mehr material für mehr kupferrohre und dann müsste das eigentlich auch klappen dass ich das da alles unterbringen kann hoffe ich gut ok dann gehen wir mal kurz zurück wie viel habe ich hier noch 45 ok könnte vielleicht noch gerade achso warte mal was erzeuge ich überhaupt für strom wie viel insgesamt ich habe insgesamt eine kapazität von 70 ok ach und ich glaube so ein großes kraftwerk macht alleine schon 50 pro kohlekraftwerk das heißt ich bringe jetzt noch 150 dazu und habe aber noch kapazitäten für noch mehr kraftwerke und ich denke irgendwie sowas in der art sollte ich doch erst mal veranstalten damit ich da ein bisschen strom habe und mich dann nur noch darum kümmern muss zu bauen also gebäude zu bauen die irgendwas produzieren anstatt strom irgendwo her zu holen geronimo oh mein gesicht so la paloma oh hey einmal muss das vorbei sein lalalala er macht da voll seinen badeurlaub ja mach du mal aber spring bitte hier eher rein weil wenn du mehr auf die pumpe springst und die geht kaputt wäre das sehr unnett von dir und dann lasse ich dir auch am leben und tu dir auch nicht weh auch nicht so ja oh shit ja oder hier ins flache da kannst du auch hingehen 57 50 hm ok ja gut ok da muss ich noch ein bisschen mit rumspielen glaube ich versuchen wir erstmal das da hinten zu verrohren und zu verkabeln wollte ich sagen zu verrohren und zu verförderbanden und dann gucke ich mir den rest an guck mal da ist er wieder hi so ähm Leute ich äh ok ich muss hier glaube ich mal schnell sowas hinbauen weil das ist mir jetzt zu affig hier wie mal diese hopserei also es wäre doch mal ne lustige idee ok ok das passt jetzt natürlich gerade nicht ähm 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 ja du hängst da fest so ok so ist erstmal cool und jetzt muss ich eigentlich nur vom Bohrturm ok ah ok ich werde jetzt mal nicht hinter ihm herrennen sondern außenrum hüpp ok also bis hierhin habe ich es ja schon gebaut so oh 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 Okay. Vielen Dank.